Welche Eigenschaften sollte ein moderner Spanntisch heute besitzen? Vielseitig einsetzbar, kompatibel mit Elektrowerkzeugen oder stationären Geräten, stabil, ergonomisch und kompakt. Aber geht das überhaupt? Klar doch! Mit dem neuen Master 700 von Wolfkraft. Spann- und Maschinentisch in einem. Der Master 700 überzeugt durch Vielseitigkeit, Stabilität und kompaktes Design. Er ist höhenverstellbar und besitzt eine schwenkbare Arbeitsplatte. Benötigte Spannbacken, Schutzbacken und Auflagepins werden bereits mitgeliefert. Ihr Projekt kann also direkt starten. Der praktische Klappmechanismus erlaubt den Aufbau in nur wenigen Sekunden. Dank integrierter Befestigungsschlitze und beiliegendem Befestigungsmaterial haben Sie zum Beispiel Ihre Kappsäge schnell montiert und können so mühelos lange Werkstücke kürzen. Zum Beispiel für Ihren Gartenzaun. Die Spannweite des Master 700 beträgt bis zu 435 mm und lässt sich über die Handkurbeln flexibel ändern. Außerdem ist er höhenverstellbar von 780 bis 950 mm. Die neue Z-Form mit viel Beinfreiheit erlaubt auch ein Arbeiten im Sitzen. So können Sie sich auch auf kleinste Detailarbeiten konzentrieren. Der einstellbare Höhenausgleich sorgt für eine bessere Standfestigkeit auf unebenen Böden. Parkettdielen mit der Stichsäge kürzen? Kein Problem. Die mitgelieferten Spannbratzen fixieren das Werkstück fest auf der MDF-Platte für exakte Schnittergebnisse. Auch ein Bohrständer ist mit wenigen Handgriffen montiert. Für präzise Bohrungen auf dem Spann- und Maschinentisch. Genauso einfach gestaltet sich das Bearbeiten von Werkstücken mittels der Spannelemente. Kupferrohre werden mit den beiliegenden Schutzbacken fest eingespannt und garantieren so saubere Schnitte. Oder Sie spannen Werkstücke hochkant mit den Spannbacken ein. Zum Bohren, Kleben oder Dübeln. Bearbeiten Sie außerdem runde Holzteile auf dem Master 700. Die Spannbratzen passen sich der Form des Werkstücks an. Bei Lackierarbeiten sorgen rutschfeste Auflagen für eine optimale Fixierung des Werkstücks. Die Auflagepins besitzen zudem auf der anderen Seite eine spitze Auflage. Perfekt, um eine frisch lackierte Fläche schonend aufzulegen. Ohne Trocknungszeit kann so gleich die Rückseite lackiert werden. Nach Beendigung Ihres Projekts ist der Master 700 im Nu mittels Ziehstange zusammengeklappt und platzsparend verstaut. In der Abstellkammer oder im Kofferraum Ihres Autos. Der Master 700. Ein Spann-, Arbeits- und Maschinentisch in einem. Flexibel, vielseitig, stabil und handlich. Von Wolfkraft. Und das冷gencez welche die Rückseite zurückgelassen sind. Untertitelung descek BBC